Okay, Knuckles aus! Das ist das Host des Gangster-Rappers. Wir sind Shazor, Nine-A-Vibe und... Sonic Shadow Fusion! Einer, der auch Shadow im Namen hat! Wie so viele! Ach, was soll's! Ja, aber bevor ich dich kennengelernt hab... Hey, Emerald, wie geht's, Alter? Ach, du willst wohl nicht mit mir sprechen, was? Knuckles, wir haben grad keine Zeit dafür! Keine Zeit, keine Zeit! Keine Zeit, keine Zeit! Wieso, du Kleiner?! Du Kleiner, du Kleiner! Du Kleiner, du Kleiner! Nicht, du Kleiner, du hast'n Kleinen! Hey, aufwärmen! Nein! Oh, Menno! Mi, du Natwund! Aber wenigstens kann ich etwas laufen. Und ich hab an... Oh Gott, und er... Ja, er tötet ihn! Der Zelt ist schneller als Knuckles! Naja... Diesen hinterher springen würde ich trotzdem lassen. Ja, trotz... Ich weiß, ich muss trotzdem, weil ich nichts zu tun hab. Ich hab' keinen Heal-Skill, aber trotzdem... Aaaaah! Ein Pixel pro Sekunde Heilung! Mann, ey, was ist denn der Heal-Skill? Manchmal. Kicken! Äh, wenn... wenn blau voll ist, triffst du todsicher damit. Mh-hm. Das tass' ich an Computerspielern, die... Machen entweder zur Seite oder in eine andere Richtung, die du nicht vorhersehen kannst. Ich laufe! Ich kann jetzt weglaufen! Haha! Aber Knuckles ist so imba! Der kann irgendwie allem... Alles blocken, was ich mache! Okay! Puh! 3 zu 1! Also, ich hab' jetzt auf jeden Fall schon mal bessere Chancen als früher! Jaaa... Au! Oh, 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 oh! Ich seh' ich! I'm not dead! I'm not... not dead! Not dead! Very nice! Da, da, da! So! Show you can! Bam, bam! Hab' ich nicht noch... Wow! Achja, ich kann ja... Laufen kann ich, aber dashen kann ich nicht. Das Problem, ich dash... Das kannst du wohl, aber du springst da auf der Stelle oder so. Das bringt also, würde ich sagen, mehr zu, ähm... Nein! Fail! Das... Das, was er macht, verkackte Breakdance nicht mehr. Genau, auf der Zwiebel! Au, 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 au! Lass mich doch! Uh! Was war das? Machst du die R-Tech von Tails'n? Äh, nö. Aber irgendwas hast du gemacht, damit du in der Luft bleibst. Ich weiß! Los! Ahaha! Evil! Na komm! Ab, ab, ab! Ab, ab, ab! 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 Ich dreh dich! Komm, Knuckles ist ja auch... Du hast irgendwas von Tails'n, du drehst dich in der Luft! Äh... Kann sein... Au, 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 au! Nein, nein, nein! Ach! Hab' ich nicht seinen Sprungskill? Ne, hab' ich nicht. Egal! Ja, Tails' Sprungskill bringt überhaupt nix! Wo brauchst du einen Sprungskill, mit dem du wenigstens über einen der Blöcke kommst? Da sind alle gut! Bis auf... Äh... Tails... Amy... Knuckles... Ey, ne! Leute! Beschäftigt! Heißt beschäftigt! Gott, lernt doch mal! Es gibt Leute, die lernt's nie, ne? Man, echt... Du leuchtest! Du bist ein Held! Ich bin ein Held! Genau! Äh... Ist sie dead? Ne, natürlich nicht! Er ist halt der sich erstmal, ne? Schwule, so! So! Okay, jetzt bin ich aber am Drucker! Komm her, komm her! I touch you of doom! Das war Nummer 8! Also, wenn ich das jetzt noch verliere, dann ist's dann brutal! Nein! Wenn du das verlierst, weil ich den Deck am Skype angeschrieben hab, obwohl du ihn abgeladen hast! Denn dem werd ich dann die Schuld dafür geben! Und der muss dann irgendwas für mich machen! Mir nen Döner machen oder sowas! Aaaaah! Nein, nein, nein! Lass mich... Lass mich jagen! Du könntest was ganz fieses machen, aber ich glaube nicht, dass sie das irgendwie schaffen würden! Das wäre... Ein Musikvideo machen, das an mein Breathingvideo rankommt! Ne? So... Äh... Ja? Einer noch? Noch einer? Einmal noch... Waaah! Das wolltest du nicht machen, deinen Falcon Punch auf du... Der Falcon Punch Attack von Knuckles! Die ist böse, aber genial! Da! Juuu! Aber Auro ist wie cheap as, wenn du damit triffst! Ja, dann haust du den Gegner erst mal 10 Kilometer ins Nirvana! Oh yeah! Megaton Punch! Yes! Eine AEM Attack! Um eins erhöht, ja! Hm, nicht schlecht! Nicht schlecht, nicht schlecht! Das wird... Das wird... Komm mit uns zum Unreal Beach! Oder lass es bleiben! Sonic ist dort! Ich muss... Und ich bleibe etwas ganz Wichtiges sagen! Bitte spult! Ich weiß jetzt nicht, müsste jetzt gar bei mir monoton... Ach egal! In Ordnung! Aber ich... Ich möchte Brücke erweitern und ein paar ungelegte Gäste! Ja! Was heißt denn monoton? Das ist meine Stimme! Auch wenn nicht der Klatsch klingt! Ja, super! Ich könnte einfach vorbeigehen, aber nein! Bridge! Das hat mir da der Sinn! Sehr eingeräuter bereit zum Kampfmodus! Gamma schon wieder! Das ist meine Roboterwache! Das ist keine Roboterwache! Bist du Gamma? Chers, pass auf! I punched them in the face! Jetzt hast du hier Knuckles dabei! Ja! Dann ist eigentlich schon alles gewonnen hier! Komm Knuckles! Mach sie tot! Baaah! Erst fünfmal und dann mit übermächtig Robotern nochmal auf 10, glaube ich! Von mir aus auf 10! Ich hab Knuckles! Was soll mir passieren? Screw the rules! I have Knuckles! Screw the rules! I have Knuckles! Was heißt denn? Screw the rules! I have green hair! Schalt... Schalt auf die Regeln! Ich hab gute Haare! Wow! Lass mich hoch! Bloß meine Roboter-Maus! Töte sie alle! Das ist der Pinky und der Brain! Das sieht irgendwie aus wie eine der Mäuse aus 2-2-Rocket oder so! Auch von Sega! Ich sag ja! Diese Mäuse! Der eine ist der Pinky! Der andere ist der Brain! Recht durch Knuckles! Du bist sehr schlau! Er schlägt erstmal wie ein Bekloppter auf den Stein ein! Sehr schlauer Junge! Echt jetzt! Sehr schlau! Die Computerspiele müssen sich mit irgendwas beschäftigen! Wie zum Beispiel im Brawl! Wenn du durch ein Glitch oder so! Oder ein Fehlerfest! Wenn du nur ein CPU-Spieler auf dem Stein hast! Und sonst keinen! Der ist dann die ganze Zeit am Spotten! Ach, das hab ich noch nie gehabt! Ja! Das passiert vielleicht auch irgendwie bei Online-Kämpfen oder so! Wenn man Computerspiele eingestellt! Oh! Ohne getroffen zu werden! Das ist doch mal awesome! Das passiert wenn man so Attacken hat die man... Ja! Tails Guard! Nutze ich nie! Ja! Guard Skills sind eigentlich ganz gut! Da kriegst du mehr Energie wenn der Gegner irgendeine Attacke macht die du sowieso von vornherein blockst! Knuckles Rod! Ja! Und was von Gamma? Drive Mode! Ja! Scheiße dass die so teuer ist! Ja, jetzt brauchst du nur Skills! Go-Point ne! Ja! Gamma! Du bist Gamma! Stimmt? Auto-Check Start! Eingereitet! Okay, ich hab keinen Plan, was ich jetzt los! Egal! Ähm, nur der Barrein! Okay! Autos anhöhlen! Kampfmodus einleiten! Bäääh Rasten aus! Jo! Warte mal! Das kam jetzt ein bisschen spät! Egal! Ja... Ey, ey, ey! Hör auf meine Freunde zu vergewaltigen! Ich geh jetzt gleich den nusslosen Roboter kannst du haben! Ja, den nusslosen Roboter den schenke ich dir sogar, den kannst du behalten! Aber Knuckles das mal bitte in Ruhe! Der haut wächstes rein! Hallo, was hast du denn an mir? Hast du einen Fuchs-Fetisch oder was? Stirb doch mal! Fuchs-Fetisch, äh, die North-Frosch-Fetisch, ne? Ja, genau. Schabba! Zauberin, 2, 3, Rinox-Fetisch und Krypto. Hast du etwas Zeit für mich? Los. Los, Pinky, los, Brain, los, Pinky, los, Brain. Lingen wir in den Kip? Hä? Was? Wie bringt man einem Roboter das Fliegen bei? Nein, meine fünf Punkte. Meine schönen fünf Skill-Punkte. Jetzt bekomme ich aber nichts zu sein. Jetzt verkriechen sich die beiden, um sich zu heilen. Bei Knuckles geht das ja noch einigermaßen schnell und der blinkt auch relativ schnell, aber MR... Ja, warum der sich heilt und wie viel dieser Robo auf einmal aushält, ey. Ja, ich hab ja gesagt, überpowert. Ja, von mir aus, weil er machen, was er will. Das geht mir eigentlich an... Oh Gott, ich muss gleich einmal schneiden, merke ich. Boah, wenn ich immer wieder auf die Zeit gucke, ey. Ich gucke ab und zu... Äh, die vergeht so schnell, ne? Ja, ich gucke ab und zu immer nur jetzt... Ich hab ja jetzt schön auf Kim Taser meine Statics, dank dir. Und, äh... Ja, seitdem gucke ich... Was? Kein Problem, hab ich gern gemacht. Achso. Okay. Arrgh! Hadouken! Hadouken! Ich werde wie Ryu Hadouken-Spammer. So, und da wir voll sind, machen wir einmal hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Episode von Sonic Battle wieder. See ya, Leute! Jo.